Achja... Komm, runter... Oh, hohohoho! Scheiße, fuck... Du bitterst noch ein Headshot oder wew? gravy ist unten Rund Fuck! OHHHHHH Uwe moin die kleinen celeっていう & herzlich willkommen zurück zu tдел mit allen Es bewusst immer MoinMoin Dafür, das sie so große ist haben wir uns hier nahe Guck mal, dann hab ich fast den... Ja, das ist Hammer-Gay. Warum findest du das Hammer-Gay? Was sagst du denn immer? Was sagst du Hallöchen hier, Schnittchen oder sowas, oder? Was sagst du eigentlich denn immer? Ja, Schnittchen hier, Hallöchen. Schnittchen hier, Hallöchen. Schnittchen hier, Hallöchen. Schnittchen hier, Hallöchen! Bram sagt immer, hallo, meine kleinen Freude. Hallo, meine kleinen Freude. Hallo, lieben, liebende. Hallo, ihr lieben, liebende. Wer war das denn noch mal? Brisco Schneider, Junge. Oh mein Gott, das war die gute alte Wochenstelle. Brisco Pastewka, Junge. Und ichاؤ bis SekensNever gl잖아요. Ich schwör, dew ich sofort tot bin, ist Hardy ganz normal. Das wäre jetzt schon wieder ein bisschen auf die Eier, Geh. Im Wirken beim Bram, im Bram, ab, ab, ab. Ja, Hardy, schieß. Ja, Jadach. Jadach, 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 Jadach. Jones liegt noch... Das haben wir jetzt geradeе Jay zu K.O.S. gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, warum, aber... Ja, ich bin es, ich geb es zu. Warte mal, da echt läuft einer, wer ist das? Nee, das ist brav, das ist nicht. Alter! Hast du einen Radar oder was? Boah, Alter, da hat mir einer richtig derbe einen in den Zimmeldingens reingedrückt, Junge. Ja, du bist ja auch, du hast Peter gerade getötet. Ich hab Peter nicht getötet. Meinst du, ich hab nicht zugehört, du Lutscher? Ich hab Peter nicht zugehört, ich zugehört. Du gehörst, du hast Peter nicht zugelutzt? Ich weiß nicht, wo ich bin und ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Das ist ein Problem. Wo bist du denn? Das ist nicht schlimm, ich hab keine Ahnung. Umschreib das mal, da kann ich dir vielleicht helfen. Ja, dann weißt du, wo du hin musst, um ihn zu töten. Ja, ich will, dann sag ich halt nix. Dann sag ich halt nix. Dann sag ich halt nix, babe. Ich hab mich gut versteckt, ich kann ja vier Minuten ausharren. Ist gut. Ich hab auch Harndrang für vier Minuten. Und hast du Harndrang in vier Minuten? Ja. Ja, für vier Minuten, so lang kann er strudern. Na, Harndrang, wo bist du? Hinter dir. Das stimmt nicht. Doch. Alter, ist die Map groß, ey, leck mich an. Alter, wir fahren hier Autos lang? LOL. Sofern fahren hier Autos lang? Okay, dann weiß ich, wo du bist wenigstens, du Kleiner, Lucci. Das ist Harndrang. Ja, Harndrang hat Peter getötet. Ja. Alter! Harndrang hat Peter getötet, hundertprozentig. Auch Chris hat den Ausgang gefahren. LOL! Lo... Chris? Hallo? Hadi? Ich bin ja da. Ich glaub, Christian ist von dem Auto erfallen. Christian ist hier runtergefallen. WTF? Ich guck mal, der ist innocent. Ich trau keinem von euch, ich knall jeden übern Haufen. Hadi ist auf jeden Fall Traitor. Chris fell into death. Chris ist innocent. WTF? So, Baum, weck dich auch. Erstmal gestorben. Ja, der war Hadi. Alles tot. Ich bin tot, aber ich konnte mir nicht verknallen. Nein, da ist einer Platz gefahren worden. WTF? Was? Der Bram gerade Platz gefahren worden. Hammer. Jay? Bram? Bram? Hammer toll, das liebt noch Jay. Ah, ich versteck mich einfach ein bisschen. Ah ne, der kann mich ja sehen, ne? What the fuck? Der hat ja ein Radar. Deine Homo. Man kann sich ja nicht verstecken. So schwarz aus. Jedes Mal, wenn ich Hadi um den Sack gehen will, ist der Traitor. Oh ne Scheiß. Die Map ist ein bisschen anders als ich sie kenne. Aber auch interessant mit dem Auto. Hier haben wir den Bram. Wer umgefahren wurde, sah aus meiner Perspektive so geil aus. Ich konnte nicht anders. Ich wusste lachen, das tut mir so leid. Aber das war so unfassbar, geht nicht anders. ich bin das nicht aber ohne scheiß chris was ist bei dir denn passiert ich habe mich erschreckt wollte die leiter wieder rutscht und bin da runter gefallen weil ich das eigentlich das tut bis weil ich bin wirklich nicht ohne spaß ich dachte nur ich gehe dich einfach am anfang direkt weil du mir auf den sack gegangen ist ich habe geschossen bevor da überhaupt stand das stimmt ja so nicht doch das stimmt sowohl die ist ein bisschen abgeändert weg machen kann ich überhaupt jetzt konfirm denn noch der war traiter sehr gut hat nämlich auf mich geschossen aber die zeit schon abgelaufen der idiot hat mir den schuss daneben gesetzt der pongo der schwank ist es hinter dir in dem haus bewegt dich mal ein bisschen hinterher gelaufen alter ich habe mich voll verlaufen alter okay braun das war kam abzug für dich falls du jetzt falls nicht traiter ist aber ich gehe mal davon aus dass du innocent bist was ich weiß nicht wo ich hin soll ja da schießt jemand ich habe gerade ein fenster kaputt gemacht ja ich bin wundet weil ich durch brams incidery gelaufen bin wo ist denn also ich sag mal ich bin von am arsch ich bin von am arsch ich bin von am arsch bram ist proven bram ist proven weil der gesagt hat schießt peter ab aber wusste der doch schon dass der traiter ist und hardy ist auch proven weil er hat geschossen ja wenn ich traiter wäre hätte ich doch der gewusst dass der traiter ist ich glaube dass er ist und der weiß nicht nur aus der entfernung raus sehen wo der andere traiter ist Quatsch da steht doch unten da steht doch unten am anfang immer wer das ist du lutscher ok christian warum kommst du hier von hinten katao tap drücken da steht das dann ich glaube dass das sepp ist und ich glaube dass er hier irgendwo drin ist und ich weiß wie man da rauskommt also entweder ist es sepp lebst du noch? ja sepp lebt noch aber der sagt er weiß nicht wo er ist ich weiß nicht wo ich bin ja ich glaube das ist sepp ist der da in diesem kleinen räumchen drin oder was? weiß ich nicht ich hab den noch nicht gesehen aber Moment warum bist du hier alleine mit mir drin? hat das auch ohne spaß ich bin halt nicht deswegen will ich bei dir bleiben ja meinste ok meinste tracest das vielleicht auch? ich bin es nicht ich bin es ehrlich nicht aber ich kann auch weggehen wenn du möchtest ja aber der plantet hier gleich ne bombe und dann haben wir den salat alter hier ist chris hier ist chris der sneakt hier so rum chris sneakt hier so ruhig ich stehe doch schon die ganze zeit mit dir jetzt chris sneakt hier so ruhig aber du musst mit drauf schießen ok alles klar ok dann 3 ja komm komm על wir gehen da rein da rein was machte ich jetzt? wir gehen da unten jetzt sepp suchen da ist kill on sight warum bin ich? kill on sight dood up Was war das? Jetzt kommt da keiner mehr raus, Hadi. Wenn der auch gehört hat, dann ist der irgendwo hier unten. Da unten ist wirklich einer. Wir warten jetzt einfach, Hadi. Wenn einer hochkommt, machen wir einfach einen weg. Okay. Also entweder es Chris ist. Chris ist bei mir. Ich wollte eigentlich noch eine Granate holen, weißt du. Ich hab noch eine. Okay, cool. LOLL! LOLL, Hadi hat gerade in Abgang die Leiter runter gemacht. Alter, wer ist gestorben? Hadi, du bist echt der absolute Vollnub vor dem Herrn, weißt du. Du bist innocent. Chris ist bei mir. Chris ist nicht mehr bei mir. Nee, ich hab Hadi gerade. Oh, Sepp, du kleiner Motherfucker. Wo ist der denn? Ich wusste doch, dass das Sepp ist. Ist der denn? Der ist dann oben. Hadi ist hier runtergefallen und ist gestorben. Hab ich dir doch schon lange erzählt? Ich hab dir doch schon lange confirmt. Der ist hier oben. Der hat dich gefickt, richtig? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, dann gibt der mir noch. Du hast doch schon Damage gehabt. Hadi, du bist so ein Noob. Komm, Sepp, wir gehen zusammen. Komm, Sepp, jawoll. Wie das aussieht. Wow, Peter, du bist so ein Noob. Er ist am Anfang doch daneben gesetzt. Hab ich. So eine Scheiße, ey. Tut mir auch leid für Sepp. Ach Gott. Ich weiß nicht, das hätte er fast gemacht. Das stimmt. Wenn Jay das bei Hattetir nicht gewesen wäre, hätte er das gemacht. Wenn ich was bei Hattetir nicht, was? Wenn Jay das bei Hattetir nicht gemacht hätte. Wenn Jay das bei Hattetir nicht gemacht hätte. Wenn Jay verlor hätte, wäre Hadi schuld gewesen. Weil der einen Fremdenabgang gemacht hat. Bram hat Fettkarma abbezogen bekommen. Da bin ich vor den jetzt in der Waffenkammer gelandet. Das sind wir alle. Hadi, da war auch Peter. Echt, da war eine Waffenkammer? Wie sagt man, noch keine Waffe sagst du? Ich hatte es wegen der Straße gefunden. Das ist da hinten. Das blödes, in welchem Intervall fahren wir die Autos hier. Loll. In welchem Intervall fahren die Autos hier? Hör auf mich zu schießen du arschst weist eurer Hattetir? Peter 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 Peteraza Aus inflam Crucic君. Blum album 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 Wieso sind hier denn so viele? Ich bin schon wieder innocent. Ich bin bei Sepp. Jay hat eine Shotgun, das finde ich überhaupt nicht lustig. Binnen oben gerade im Fluss. Genau wie du wolltest, ich wollte nur Munition ibm. Leul. Das ist das du mein Arschloch mit Mach Oke Hallo Sepp. Pede. Ah, Christian ist da. Der ist oben. Hadi schon wieder so. Was geht denn hier jetzt ab? Der ist dann auf jeden Fall. Da ist Sepp. Ja, entschuldige bitte. Weißt du, wo ich gespawnt bin? Am Arsch der Welt einfach nur. Echt? Warum ich spawnt so im Arsch? Die Trager, die spawnt immer weiter weg. Ist Chris? Ja, auf jeden Fall. Da ist Sepp. Definitiv, ne? Da ist Sepp. Ah, ich bin zwischen euch. Das gefällt mir nicht. Alter, bei mir ist Hadi, 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 Hadi. Im Haus ist auch noch einer. Alter, hab ich da geschossen. Ich bin oben im Haus. Ich bin oben im Haus. Hadi, 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 oh. Boah. Alter. Oder Sepp, ich könnte mir jetzt einfach eine wegdrücken. Wat? Aber ich tue es nicht, weil ich innocent bin. Mein Verstand ist so scheiße, ich nehme. Alles klar. Was schießt denn hier? Brammen ist es. Hadi, 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 Hadi. Hadi ist es. Wenn Hadi mich jetzt beschimpft, dann ist Hadi. Hadi muss für mich Kill on the side. Hadi mich jetzt beschimpft. Hadi ist es. Loll. Loll. Sepp hat... Da ist gerade eine Mauer in die Luft geflogen. Ohne Scheiß. Ich wusste nicht, dass... Ich wusste nicht, dass Sepp hier ist. Ohne Scheiß. Ich wusste nicht, dass Sepp hier ist. Ich stand direkt neben dem Fass. Ja, aber ich hab das gesehen. Ich war hier hinter. Ich hab das nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass du da warst. Ohne Scheiß. Die decken sich gegenseitig. Das... Ich wusste nicht... Leute, wir sind über den Haufen gefahren, Leute. Nice. Aber hat sich doch einer geschossen? Traitor, Traitor, Traitor. Alter. Alter, war das geil, ey. Ohne Scheiß. Der hat einfach auf die Straße gelaufen. Ohne Scheiß, ich musste aber sagen... Das hat man mal gesagt. Immer nach rechts und links gucken. Ja, du hast nicht nach rechts und links geguckt. Ohne Scheiß, Sepp. Alter, tut mir leid. Ich hab das echt nicht gesehen. Alter, und... Da ist Christian. Da liegt er jetzt. Da ist Brammen. Läuft. Irgendwelch schießt mit dem M4. Und hat Brammen getötet. Ja. Alles klar. Dann ist der Traitor in dem Haus neben deinem, Christian. Ja, da geh ich jetzt mal gucken. Hadi ist das dann. Oh, shit. Wie? Das hat richtig weh getan. Alter, von wo hab ich den denn bekommen, ey? Die kleine Mure. Was ist Christian? Was ist Christian? Da schießt noch einer in dem anderen Haus. Aua, aua. In dem... Aua, wo die Waffen gibt. Die haben in der Rifle auf mich geschossen. Das ist leider nicht wo die Waffen gibt. Wer liegt denn da noch? Jay, wa? Ja, Jay ist das dann noch. Ja, dann ist Jay der andere. Alter. Hadi hab ich tot. Well done, Hadi. Liebst du noch, Chris? Ja. Jay schießt aber, oder? Oder schießt ihr das? Ja, der schießt auf mich, dieser. Wo ist der denn? Der ist hinter dem Haus mit den Waffen. Okay. War der zumindest. Weiß aber, ich kenn die Wege hier nicht. Der ist neben mir! Was kann ich sein?! Das ist schlecht! Stirb! Alter! Geh da, geh da weg! Boah, ist das schlecht gewesen! Ja, Junge! Boah! Wie scheiße! Boah, das war richtig schlecht! Boah! Ich hatte den Teleport auch noch da reingesetzt bei ihm. Boah, war das scheiße! Ja, Siggi! So nicht, Kollege! Boah, war das schlecht! Boah, das war nur Fail von mir! Boah! Boah! Kann man die Bombe eigentlich auch weniger als 45 Sekunden setzen? Sehr gut, Christian! Ja, du hast ja alles gemacht, Peter! Du kannst die nur höher setzen! Ja, du hast die unter Druck gesetzt! Umso höher du die setzen, umso leiser ist sie und umso mehr Schaden macht sie, glaube ich auch! Oh! Bin jetzt hier! Aber umso länger musst du halt warten! In dem Country-Haus! Jawohl! Dancen! Moment, wieso läuft in der Country? Als wir dann auch im Community-Test haben, wir haben die viel GEMA-Musik! Aber ohne Scheiße! Ich meine, ich war ja Traitor, dann war mir ja dann egal, aber ich hab dich echt nicht gewusst, dass du da warst! Peter hat schon wieder eine Shotgun und ist neben mir, das finde ich schön! Nee, ich hab keine Shotgun! Peter hat eine Shotgun! Ich bin innocent! Ich bin innocent! Ich bin Traitor! Okay, Moment, wir gucken, was da steht! Oh, immer noch Traitor! Krass! Vielleicht bin ich auch Traitor! Komm her, ankelen mich! Wo bist du? Alles klar! Hier bin ich! Nein, usw. Irgend was hoch! Ich hoffe, dann mans diesmal wieder einer an der Mauer! Ja, ich seh'n! Ich renne doch um die Ecke Ja, da kommst du zu den anderen Peter, weil sie ihn ip Lore nicht kennst. Hallo! Dumm! 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 Ich bin schon weiter gelaufen. Oh, da kommt einer der Gegner, da ist der Bram, da kommt Peter, Peter kommt da vor. Jawohl, Peter, geiles Schnittchen. Jetzt bitte kein Auto, bitte kein Auto, bitte kein Auto, alles klar. Du musst ja einfach nur gucken, die kommen ja von der gleichen Seite, das ist gar nicht so schwer. Wann die nicht von beiden Richtungen ist? Ja gut, aber immer in Abständen, gleich in Abständen. Ich bin aber Proven, oder? Ja, warte mal, du bist Proven. Fuck you, fuck you. Boah, bist du scheiße, Peter, du bist so schlecht. Du warst schon wieder Traitor und bist bei mir gesprobt, das kann nicht wahr sein. Du bist so schlecht, Peter Smits. Also, Bram ist schon mal so was vom Proven. Ja, du kleiner Sklave. Sepp schießt auf mich. Nee, Moment, das tut gar nicht. Hadi ist mega ruhig. Ja, ich weiß, ich sitze auch in einem Haus und gucke mir das hier alles von draußen an. Ja, ich nehme von innen. Das ist gerade heute explodiert. Ich schmeiß gerade die Dekamts um. Das ist so kack, aber. Lol, ah, ich bin schon. Hi, Bram. Boah. Ich könnte dich jetzt töten, wenn ich wollen würde. Ah, bam. Alter, aua. Peter. Peter, du musst nach links, rechts kommen. Nein, Peter. Alter, Vorsicht, Bram, Vorsicht, Bram, Vorsicht. Ja, da wirft jemand Granaten. Da wirft jemand Granaten. Ja, da wirft jemand Granaten. Ja, da wirft jemand mit Diskombo's. Uuuuh. Ja, damit er dann auf die Straße fällt und dann stirbt Chris. So weit habe ich gedacht. Ja, ist klar. Boah, Peter. Beginnen in Sicherheit, ja. Wir rennen mal lieber ein Stück. Scheiß. Boah, Peter, pass auf. Hier ist Waffentraining. Ich zeig dir, wie das geht. Moment. So. Nee, nicht da reingehen. Das ist unfair. Bleib mal da still. So, genau. Das ist echt so besäuert, Alter. Nice. Peter, chill jetzt nicht so viel. Jetzt komm mal mit. Guck mal, ohne Spaß, Jay. Du musst den da durchstecken. Nein. Los. Sepp versucht ja nicht. Wer hat da jetzt gerade geschossen? Ich habe keinen Schuss gehört. Okay. Jay ist voll ablaut. Ich glaube, Jay hat gerade Bram wieder gestreckt. Bram. Jay hat gerade Bram weggeleitet. Jay hat Bram weggeleitet. Oder du. Oder du. Du kannst ja den. Nee, 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 nee. Ich bin gerade auf dem Weg zu ihm und haue den weg, wenn ich den sehe. Weil ich stand in dem Haus und die waren, glaube ich, in dem Haus und hab mit Peter hier gemacht. Blödes, dass der wahrscheinlich wieder Teleporting benutzt. Ja, wahrscheinlich. Weil ich geh mal trotzdem gucken. Arnie, ist das eine gute Idee alleine zu gucken? Weiß ich nicht. Ich guck einfach mal, ob der hier irgendwo abchillt. Stirb. 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 Oh. Da war eine Bombe. Nö. Ich belebe noch. Scheiße. Verfickte Kacke. Nee, das ist Christian. Okay. Wer ist da? Sepp. Ja, ja, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Auf einem Fleck, das ist nicht cool. Ja. Das macht das nicht leicht. Ja, vor allem muss ich mich erstmal an euch ranpirschen. Wo ist der Mongo? Wo? Wo? Warte mal. Wetter hat eine Tür geöffnet. Hier. Irgendwo an dem Haus. Okay, dann ist der in dem Haus drin. Waffenhaus. Christian, der ist in dem Haus. Ja, okay. Der ist um am Dach. Der ist um am Dach. Der ist um am Dach. Das ist nicht cool. Du musst das Haus einkreisen. Der ist runtergesprungen. Der ist hinterm, hinterm Haus. Der ist schon längst wieder woanders, Kollege. Der ist reingesprungen. Der ist reingesprungen, glaube ich. Der ist so ein kleiner Minibalkon. In welchem Haus? Der ist längst weg. In dem Wacksteinhaus in dem roten. Okay. Da ist schon eine Tür aufgegangen. Dann war ich. Okay. Ich meine, im Endeffekt muss er ja uns suchen, oder? Ja, ja. Aber warum sind wir einfach? Wieso treffen wir uns nicht einfach? Weil der dann die Jalla Bombe macht und der uns alle tötet. Okay. Echt mal. Ja. Ja, aber ich würde aufpassen, dass der keine Bombe da reingesetzt hat in das Haus. Ich werde piepen. Ja, siehste, dann verzieh dich da mal besser. Piep. Aber pass auf die Autos auf, Sepp. Schön links und rechts auf die Straße gucken. Piep. Piep. Kannst du dir wohl so schön sehen. Kannst du dich hier festhängen? In dieser fucking... Sepp, ich würde mich jetzt so langsam mal von dem Haus verziehen. Kann ich da in den Pool springen? Ja, mach doch einfach. Piep. Im Wasser bist du sicher. Piep. Schieß doch nicht. Wo? Hinterm Haus. Hinter welchem Haus? Hier sind vier Stück. Hinter welchem Haus? Nicht hinrennen. Nicht hinrennen. Nicht hinrennen. Genau das ist jetzt mal verrecken. Scheiß drauf. Piep. Piep. Da ist er ja. Der saß im Fenster, der keine Pisse hat. Piep. Ich habe aber da in dem schnellsten Haus, wo ihr seid, ne? Boah. Ja, ja. Deine Mutter hat hier ne Bombe gelegt. Deine Mutter hat hier ne Bombe gelegt. Ihr fickt euch jetzt gleich richtig hart weg. Ja, ja. In your anus. Bist du die dann nicht schon piepen? Alter hat mir voll ein mitgegeben. Und wurde. Boah. Boah. Ich habe keine Ahnung. Nein. Boah. Ich bin so schlecht im Snipern in dem Spiel. Verfolgte Scheiße. Und Peter, du bist so ein Nichtsnutz. Scheiß. Du bist so ein verkackter Nichtsnutz. Ich habe die vorhin noch gekillt, Junge. Und da warst du ein Nichtsnutz. Du bist ein verdammter Nichtsnutz. Ich hatte Spaß mit Peter. Ja, das war echt witzig. Ja, das war eigentlich, aber Bram war so ein, weißt du, das war so ein Easy-Kill. Aber es war so klar, dass ich danach erwischt bin. Bram war bei mir auch ein Easy-Kill, weißt du. Weißt du, okay, war natürlich dann offensichtlich, dass ich dann Traitor bin, aber was soll ich machen. Du hättest mich da noch am Leben lassen. Ja, aber dann bist du da wieder potenzieller, der mich külten könnte wieder. Ja, nicht külten, külten. Warte, also ich hab dich hart gefrostet. Ja, ich, das ist auch gut so. Dann ist ja auch mein Ziel als Treitor. Ja. Werde ich nie wieder machen. Ja, das ist klar. Ich truste auch Sepp nicht mehr. Kommst du nicht rein? Seit der einen Runde da auf meine Arten. Sind nur die behinderte M16 oder was? Ja, das war echt lustig. Ja, und das huge. Das scheiß Ding hab ich dabei. Weil die brauche ich mehr. Ja, das sind. Innocent. Pass auf, die Autos auf, Christian. Alter! Boah! Weißt du, wie ich mich gerade erschrocken habe? Ja. Wer ist das? Ich werd schon wieder heißer, das ist nicht gut. Ja, wir haben ja noch ne kurze Nacht vor uns. Alter, wo ist das fucking Auge? Boah! Christian, war das nicht gut, dass ich dir gerade gesagt hab, du sollst auf die Autos aufpassen? Hat mich da einfach geholfen? Ja, das find ich... Ja, als Terrorist mit, äh, Dingens. Als Traitor mit Chris zusammen. Ja, als Traitor mit Chris zusammen. Was? Aber irgendwie ist das schon ein bisschen beunruhigend, wenn man keinen Detektiv hat. Weil irgendwie ist der so... Uiuiuiui, ich bin beharrtig, 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 ich bin beharrtig. Ich bin im Sack. Jalalalalala! Ne, war ein Spaß. Ne, das nicht. Ne, das blöde ist, du hast halt einen mehr, den du verdächtigen musst. Ja, das stimmt. Ja, das ist aber... Ich find das interessanter, ehrlich gesagt, als mit einem Detektiv. Noi, noi. Wann ist das denn runtergefallen? Wann ist das denn runtergefallen? Okay. Du solltest nicht so weit auseinander stehen, ohne Spaß, da kann der eine nach dem anderen wegsnacken. Kuck, Traitor. Boah, Alter, dieses Auto, ne? Trau Christian gerade leider nicht so. Ihr solltet aber auch nicht auf einem Fleck stehen wegen der... Jalalalalala. Der hat einen Abgang, der hat einen Abgang, die Leiter... Oh, äh, Hardy! Oh, Hardy sind doch... Das kann nicht wahr sein. Alter, Zepp ist bei mir, 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 Zepp ist bei mir. Stepp, du Hure! Wo ist der denn? Der ist hier in dem Haus. Ey, Christian ist doch da. Boah, wie man hier in der Leergang ist, ey. In welchem Haus denn? Wie ist der da, wo Jay gerade ist? Da, wo Jay gerade ist. Boah, ich durchgehend den, wo Jay gerade nicht. Ja, das ist auch wieder so typischer Zepp, ne? Alter, fucker. Ich sehe generell gar keinen. Da hat Peter mit der da ganz schön schwer gemacht, muss ich sagen. Wo ist der denn? Hä, wo ist der denn? Ich hab keine Ahnung, wo der denn ist. Aber ich glaub, die waren außerhalb ein bisschen. Lol, ich werde beschossen. Hinten, Jay, ich werde hinter dem anderen Haus beschossen. Auf der anderen Haus. Ja, was soll ich dir denn jetzt machen? Komm, hier rein. Oh, Alter. Ja, alles cool, Leute. Moment, Moment, Moment. Bram? Pete? Der Bram hat gerade den Zepp der Leiter da unten gemacht. Oh ne Scheiß, ich vertraue dir nicht mehr, Zepp. Das weißt du, ne? Peter hat gerade mal an meiner Kurve gelöscht. Ich wurde gerade beschossen, du Arsch. Ist mir scheißegal. Das ist klar. Ja, dann geh ich den halt jetzt killen. Alter, ich werd auch beschossen, okay? Ja, also. Pömer. Alter, klar. Gib doch. Ich verpiss mich hier. Ich guck einfach lieber her. Einfach alles satt. Wir rentieren. Christian, Christian. Hinter mir. Oh scheiß, ich häng' fest. Alter. Na, na, na. Na, na, na. So. Guck mal, so geht das, Bram. Na, 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 na. So. So ist die Tour im Wormodus. Guck mal, so geht das, Bram. Na, 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 na. Na, 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 na. Äh. Äh. Also, Chris, Chris und Hadi, oder was? Ja, wenn du möchtest, kannst du auch mal eine Crowbar haben. Gut. Äh. Äh. Puh. Alter, hab ich mich erschrocken. Oh. Ein Böhmchen mehr. Ach ja. Ja. Haha. Komm runter. Ohohohohoho. Scheiße. Fuck. Du bittelst noch am Headshot, oder was? Fuck. Alles klar. Hadi, der ist unten drin. Ja. Puh. Ich bin hier wohl am Sack. Okay, der hat die Bombe leider nicht abgekriegt. Hahaha. Komm runter. Verarscht. Nein. Du sitzt da unten direkt an der Leiter. Du Ficker. Komm her. Komm her. Ach so, da ist... Boah. 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 Wie du mir einen mitgegeben hast. Verdammt. Ich muss mal gucken. Verdammt. Das war so geil, wie ich versucht habe mit Bram zu krünen und den Magnetostig. Mit der Cropper. Wie hat das nicht geklappt? Das hat voll geil ausgesehen, als er ihn dann geknüpft hat. Ja, ich hatte da keine Pistole. Das ist der okayot. Dann gehen wir nochmal zum Schießpß. Neee. Auf gar keinen Fall. Boah. Hier ist so ein anderer Weg nach Ulm oben. Der ist aber zu... gewesen richtig ließ aber richtig richtig ja du kannst von anderen stellen auch irgendwie da reinfallen ich hab die nur nicht wie man kann von anderen stellen da rein jetzt wenn du da unten drin bist dann doch manche stellen wo wasser drin ist und da drüber ist ein schacht hammer geil ich häng fest das ist jetzt ein scherz oder ich häng fest kann sich noch töten noch ist preparing ich kann mich nicht töten ich muss mich jetzt befreien ohne scheiß jeder könnte mich direkt töten wo bist du denn kann mir helfen wie soll ich denn den wort benutzen erst mal bin ich innocent und zweitens müsste ich dann worten an der selben position kannst du dich wegschmeißen was ich kann ich bin ich bin in diesem country house neben den daneben ey bram verpiss dich gefälligst ja ich bin neben dem country house bram geh mal bitte in das ding rein geh mal in den abzug rein doch das ist ein prüfer ob du traitor bist oder nicht ja ja ich habe mich befreit ist das schade jay du wärst der perfekte bait für traiter gewesen ja das ist deine letzte chance bei mir hat das gerade grün geleuchtet jungen du hast das genau gesehen ich hab gar nichts gesehen ja ja peter peter hat nicht vorgeschlagen ey ist klar wenn ihr nochmal dein köpfchen zeigt schiebt drück ich ab ja aber ich würde gerne nicht wieder hier raus ja aber hier geht es nicht raus wo ich bin inno jay is in the game hier geht es aber leider nicht raus wo ich bin hier Sackgasse das ist natürlich schade viel spaß mit der bombe die wand wegbomben moment was für ne bombe wie viel spaß mit der bombe witzig verarschen witzig ohne witz peter da unten ist ein äh so ein teil pick dich du bist traitor traiter bist oder nicht ich bin kein traitor also ich bin jetzt wieder am start bei hd hat er rot geleuchtet das ist ne lüge du hast doch gerade noch zugeben dass du das nicht gesehen hast was hat bei hd rot geleuchtet grün geleuchtet hat er gesagt was war das denn was ist los war ein diskombolator irgendjemand ist hier gerade aber gestorben ich hör ne bombe ich hör ne bombe in dem ich weiß nicht mal wo peter ist in dem haus direkt neben dem tunneleingang sepp ist bei mir ok das ist doch hd da schießt einer alter bram hat sich hat sich fast selbst getötet moment hat es bram geschossen ja bram ist nirn der hd ist nirn der hd ist nirn der hd ist nirn der hd 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 h ja ich habe dich auf jeden fall angeschossen also bram oder hardy sind ja wohl oder ich glaube auch den auf die leiter nach oben gezielt weil ich die leute die hinkommen wegstecken wollte und dann steht ja draußen ich hätte ich voll weg snacken können ja schön aber ich bin auf der suche nach bram weil ich den weg aber du drehst dich auch du drehst dich auch überhaupt aber warum hast du da gerade die vier gepläntet 27 sekunden noch weg da ist ja ohne scheiß sepp ist auch echt der geilste traitor einfach mitten auf der straße ohne scheiß ich will nicht sterben ja aber ich glaube dass bram der andere ist bei mir gewesen wenn ich es gewesen wäre glaubst du nicht ich weiß nicht nein ich bin da nicht die ganze zeit zu stellen die bombe in der mitte ist immer noch bei mir ohne scheiß braun oder ich weiß nicht einfach weg ich schau dir nicht weg ich will nicht mein karma kaputt machen am arsch warte mal wie viele punkte habe ich denn 24 und bram hat zwar ja du bist eh erst da wenn er mich wenn er mich weghaut nicht dann kriegt er sechs punkte ab das sagst du jetzt aber der läuft da hinten rum die frage soll ich das machen oder soll ich das nicht machen musst du selber wissen das musst du selber wissen ich bin wieder bei hardy moment normalerweise ist der bram nicht normalerweise darauf aus der tag die minuspunkte kriegt wieso sagst du dem ne wo ist eigentlich peter ich weiß nicht wo peter ist okay ich opfere jetzt meine punkte und hau den weg hier ist ein toter auf mich wird auch der incendiary geworfen alter ohne scheiß der bram war nicht ohne scheiß ich habe er selbst getötet dann würde ich ja nicht meine eigenen twitter kollegen töten das blöde ist weißt du peter kann ich nicht mehr vertrauen und ich weiß nicht ja irgendwann lief mir halt die zeit davon ich war gerade eine gegeben also ich war gerade richtig schön am kaufen weg da christian in deckung ich habe das leber der schott gab wie soll ich die scheiße wie war meine sniper mein gott ist hier nicht mehr scheiße man ich glaube der hat sich zu mir teleportiert oder ja kacke mir geht die zeit da kommt ihr auf mich zugelaufen naja bedankt fürs zusehen haut rein bis zur nächsten ttt